Schönen guten Abend zu einem weiteren Let's Play, dachte ich zumindest, aber aktuell höre ich nur Regen. Regen ist nicht gut, deswegen machen wir die Sache ein bisschen leiser. Mit dem Regen. So. Besser. Ja, let's play. Wir hören The Freak Fandango Orchestra Tales of Dead Fish. Dies ist auch unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht, was es uns auch diesmal ermöglicht, das hier einfach mal so zu hören, während wir spielen. Draußen ist es Nacht, ich habe auch schon eben gerade beim Einstellversuchen ein diverses Viehzeug gehört. Und da ich das gehört habe, bleiben wir erstmal drinnen. Vielleicht hört der Regen ja auch irgendwann auf und dann können wir ja wieder mal rausgehen. Etwas heiterer als letzte Musik. Herrlich, 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 herrlich. So. Ah, ein Enderman war das. Ach, wie ich es liebe. Das sind Viecher. So, wir hatten uns ja in der letzten Folge noch etwas Stein zum Steinwerden in den Ofen gepackt. Um jetzt unser Wandmuster zu kompletieren. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Grafikfehler. Ja, das ist jetzt nicht das ursprüngliche Setup. Das hört man auch einfach daran, dass man weniger die Fersplatte hört. Das ist ein wenig anders gebaut. So. Aber sollte auch genauso gut funktionieren. Tja. Nachdem ich mich fünf Minuten lang über YouTube geärgert habe, die erst meinem Video entgegen nahm, um mir damit zu teilen, dass es viel zu lang sei, Dachte ich mir einfach... Machen wir weiter. Kann ich nicht stören. Und kann vor allem eins nicht, es kann nicht schaden. Ein bisschen anhübschen hier schon mal. Ja. Angeschlagen bin ich auch noch. Also alles. Perfekt. Um noch eine Runde Minecraft zu spielen. Und ja, diese Musik ist echt fröhlich. Aber der Regen scheint endlich aufgehört zu haben. Das heißt, wir könnten auch mal da rausgehen. Weil wir brauchen immer noch ein Schaf oder mehrere davon. um hier ein wenig weiter zu kommen. Wir brauchen ja noch ein Bett und diverse andere schöne Dinge. Aber erstmal werde ich glaube ich hier Tja. Lädt zum Schunkeln ein. Sehr schöne Musik. Okay. Das passt doch bestimmt hier dann wieder nicht. Das ist jetzt hier so ein weiterführer, das Muster. Ja, durch die Treppe vorne passt es nicht ganz. Die ist hier an zwei Klötzchen bereit. Womit Womit sich denn hier dieses etwas andere Muster an der hinteren Wand abzeichnet leider. Ja. ist aber eigentlich auch okay. Ein paar Fackeln mehr bräuchte ich noch. Die können wir uns ja gleich mal holen. Da oben muss ich jetzt noch ein Clearstone wieder bauen. Ja, das sieht doch ganz gut aus für den ersten Versuch. Die haben wir noch nie vorher in Minecraft gespielt. Boah. Na ja. Gucken wir mal. Schluck trinken ist auch immer gut. Auf jeden Fall ist draußen wieder Tag. Tür kommt zu. Holz haben wir ja noch aus dem letzten Let's Play jede Menge. Aber ein Schwertchen wäre noch mal nicht schlecht, also bauen wir uns mal eins. Ach, sorry. Schwerter kann man auch nie genug haben, vor allem diese, weil die halten ja immer nicht so lange, die schönen Steinschwerter, aber damit sollte das die Jagd auf die Schweine jetzt ein bisschen schneller vonstatten gehen, und vielleicht bringen wir uns ja vorher einfach um. Das macht ja auch alles keinen Sinn hier. Scheiß Grafikfehler. Aber nein, wir lassen uns nicht davon aufhalten. Wir jagen das Schwein. Ja. Ach, nee. Hier geht's jetzt ab. Tja, wie schon erwähnt, andere Aufnahmerechner. Andere Probleme. Etwas weniger pfeifen. Oh ja. Jede Menge Schafe. Das ist toll. Ja, da bin ich nicht runter. Gehst du da raus. So. Ich hab's auch hier gehört. Da ist es. Ein Baumscharf. So. Und das macht schon mal zweimal Wolle. Ein Schwein. Noch ein Schaf. Ah, Kühe. Kühe sind auch nicht schlecht. Dann können wir uns demnächst vielleicht was aus Leder graften. Kleine Rüstung für die Nacht. Diese Kuh noch erwischen. Kau họste gut aus. Ok. Ok. Let's do that. Okay. cionales.